Hallo meine lieben Lovelees, hier ist Loveleese Rasa und mein kleiner Hund Emily, mein kleiner Chihuahua. Wir wollten nur sagen, süß, wir wollten euch nur einen schönen vierten Advent wünschen und eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein frohes Fest. Weil auch, ist ja klar, also Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage wird von mir kein Stream kommen, kein Livestream. Ich denke mal, das könnt ihr verstehen und wahrscheinlich wird dann auch eh keiner von euch dabei sein, weil ihr feiert ja sicherlich auch mit eurer Familie, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, wenn es klappt, also wenn nichts dazwischen kommt, wird es nächste Woche weitergehen, nächstes Wochenende mit Uncharted, werden wir wieder ein bisschen weiterspielen. Und heute kommt noch ein bisschen Death Stranding, morgen Life is Strange 2. Und ja, wie gesagt, genießt die Feiertage mit eurer Familie, euren Freunden. Ich wünsche euch wirklich alles Liebe und ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für eure ganze Unterstützung. Also das bedeutet mir ganz, ganz viel. Für alle, die mir zuschauen, die immer kommentieren, die immer Likes geben und so weiter. Also das bedeutet mir wahnsinnig viel. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, da würde ich einfach sagen, sehen wir uns in unseren nächsten Streams wieder gemeinsam. Und vielleicht ist dann die Emily auch mit dabei, die ist jetzt noch ein paar Tage bei mir. Dann ist sie mal wieder zu Besuch bei meinen Eltern. Und ja, alles klar, dann macht's gut, eure Serasa. Tschüss.